Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 138 Und? Das wollte ich jetzt nicht Items Kaufen Goldnadel Umbau Ach, er hat ja schon Hm, was könnte ich noch da drauf tun Und Abwehr plus 5 Zitronik 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 Und jetzt Ausrüstung. Okay, ich mach den Multischutz noch besser. Und jetzt. Und das speichere ich mal. Hier hin. Flugschiff. Ich will jetzt was probieren. Hm, ich muss jetzt nur noch den Ort wiederfinden. Suchen. Ja. Da wollte ich hin. Ja. Lege ich mich mit ihm jetzt an? Ja. 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 Kommt es jetzt? Hallo. Wo kommst du überhaupt her? Ja. Schwarzmagie. Flirt. Ekzase. Schwertisch. Salto-Hieb. Daneben. Immun. Weißmagie. Hast gar. Au. Flair. Feurer. Au. Item. Oder Special. Benutzen. Funktioniert der schwarze Stein. Nein. Subvita. Tech. Retativ. Immun. Flair. Teurer. 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 Los. Spuck ihn wieder aus. Los. Spuck ihn wieder aus. Teurer. Teurer. Nein. Weißmagie. Gemach. Zappeln Au Passt Auf Nicht auf ihn Auf Bacca Au Flair Daneben Feurer Flair Flair Item Los Ich hab ihn gleich platt Zappeln Spuck ihn wieder aus Natürlich bringst du ihn dabei um Und er ist platt Leider Quacker keine Erfahrung Und ein weiterer Punkt in meiner To-Do-Liste Abgehakt Ability Ah geht jetzt leider nicht Tauchen 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 So Was ist hier drin? Geht das nicht schneller? Hmh hm 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 Na, muss ich das alles einzeln aktivieren und so eine Filmsequenz ertragen? Kiste! Das Siegel ist offen Noch eine Kiste Oh, vier Mega-Phönixe Ich würde allerdings sagen, bevor wir da reingehen Beende ich hier den Part Und das war Let's Play Final Fantasy X Part 138 Und bis zum nächsten Part Und das war Let's play Und das war Let's play